So, die Pistole nehmen wir aber auch hier mit. Mitnehmen. Wir haben keine andere Wahl, als sie mitzunehmen. Na dann. Dann können wir ja auch nicht so... ...können wir ja auch nicht so viel falsch machen. Brautig. Schleichen. Wir müssen weiter, wenn wir den Bus kriegen wollen. Bleib dicht bei mir. Wir werden uns einfach an ihnen vorbeischleichen. Wir schaffen das, Alice. Ich verspreche es. Bitte nicht. So, verstecken. Und weiter. Ganz kurz warten, bis der hier weggegangen ist. So. Verstecken. Ich kenne die Person immer noch nicht. Da drüben. Das ist Loser. Ach, da ist Loser. Oh. Wir können nichts tun, Alice. Die Soldaten sind überall. Wir können ihn nicht hier lassen. Sie werden ihn töten. Vorher hieß es ja, ne? Das sind die Jerrys. Wenn es jetzt Loser ist, dann müssen wir ihn auf jeden Fall retten. Meine Mann. Hey, Kumpel. Das ist ein Irrtum. Ich bin ein Mensch. Ich will nur nach Hause. Meine Frau erwartet mich. Und wir wollen... Wir müssen alle Zivilisten überprüfen. So. Nein. Nein. Bitte. So. Da ist der Stein. Mit dem Stein gehen wir nachher ran. Das war zu schnell, ne? Kacke. 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 Es passiert etwas in Detroit, Madam President. Okay. Wir gehen auf das Lager zu. Mit unserem gewaltlosen Marsch. Ob das gut geht? Mal gucken. Das ärger bin ich jetzt, dass wir das mit Dingens vergeigt haben. Aber so richtig. Ich hoffe, da können wir noch irgendwie was da äxeln. Da wollte ich halt nur schnell sein. Der Moment der Wahrheit. Wir sind friedlich. Wir wollen keine Konfrontation. Wir protestieren hier friedlich. Die Kronen. Entnehmt euch. Ohne, wir öffnen das Feuer. Ruhig. Wir möchten, dass ihr alle Androiden aus den Lagern freilasst und sofort die Angriffe auf uns einstellt. Wir sind friedlich. Gewalt ist keine Lösung für uns. Aber wir gehen nicht, bis unsere Leute frei sind. Achso, jetzt soll ich mich wieder bewegen. Achso. Ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwie was anderes. Aber ne. Nicht gut. Nicht gut. Hände heben, hinsetzen. Hände heben. Wie wir es schon einmal getan haben. Wollt ihr auf unbewaffnete Demonstranten schießen? Wollt ihr auf unbewaffnete Demonstranten schießen? Wir werden noch weiterhin live berichten. Joe's Douglas, Kanal 16. Michael, zurück zu dir. Marcus, was machen wir jetzt? Wir halten durch. Solange wir können. Aufgepackt. Das wird jetzt nochmal los. Mist. Das ist das. L2-R. So. Und jetzt der kleine, große Moment. den wir höchstwahrscheinlich vielleicht eventuell verkacken. Ich hoffe nicht. Mal gucken. Banneln wir dich um. Banneln wir dich um. Anna, der Mistkerl ist echt ein Zwilling. Und da werden wir abtransportiert. Weil ich unvorsichtig war. Aber wir leben zumindest noch. Beschwichtigen. Was auch geschieht, wir halten zusammen, ja. Solange wir zusammen sind, kann uns nichts passieren. Na los, raus da. Beeilung. Raus. Mhm. Verlassen wir deine Lasten. Und helfen Alice natürlich runter. Gut. Müssen wohl, ne? Los zu den anderen. Sofort. Okay. Okay. Wo, hier? Ja. Rückrufzentrum 5. Beschwichtigen. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin hinter dir. Sie hat aber schon ganz schön Angst. Du zuerst. Alice überzeugen. Du musst das jetzt wirklich tun. Tu es für mich. Bitte. Los jetzt. Du bist dran. Ich gehe ja schon. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir wollen nicht geschrottet werden. Deaktiviert eure Haut. Beeilung. Ja, dann. Mal los. Ja. Weil ich Scheiße gebaut hab. Ausziehen, wirf die Sachen in den Container. Ja, dann machen wir es mal. 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 Meide die Drohne. Ich finde Alice, ist Alice hier? Ja. Ja. Alles wird wieder gut, oder? Weißt du, wo Alice ist? Alice? Die Kleine? Ja. 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 Wir haben sie gesehen. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ihr gefällt es hier nicht. Wir müssen weg von hier. Na los, Bewegung. Na los, du auch. Nein, einen Moment. Lasst ihr in Ruhe. Lasst ihr in Ruhe. Alice! Geht's zu Alice? Gute Frage ist halt, ne? Wie und so. Los, ha. Alice.